Der Hauptgrund, warum Ärzte Patienten schlecht behandeln, über den kein spricht, ist ja natürlich Zeit und Belastungen etc. Aber es ist auch die Tatsache, wie bestimmt wird, wer überhaupt Arzt werden darf. Und das ist im Moment einfach nur aufgrund der Noten des Abiturs. Und das sagt dir einfach mal gar nichts aus.